In diesem Video zeige ich dir eine neue Methode, wie du deinen Backofen schnell sauber bekommen kannst mit Naturmittel. Ich habe hier mit Zitronensaft über die Schmutzstellen einfach gerieben. Danach habe ich Essig gegossen und danach Kaisernatron oder du kannst auch Backpulver nehmen. Schaut euch an die Reaktion von Backpulver und die Kraft von Zitronensaft. Um die Wirkung noch stärker zu sein, kannst du, so wie ich gemacht habe, mit Küchentücher abdecken und einwirken lassen, circa halbe Stunde. Danach nimmst du die Tücher weg und mit einem Schwamm ein bisschen reinigen und dein Backofen wird glänzen wie noch nie zuvor. Wenn du es magst, probiere es aus, diese wunderbare, tolle Idee. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Leh an. Untertitelung des ZDF, 2020